PEGI 16 Kopf hoch. Das fällt mir heute schwerer als jemals zuvor. Aber du hast recht. Wir haben immer getan, was wir tun mussten. Ein bisschen Mut ist alles, was es braucht. Wenn wir nicht die Schlagkraft aller Völker bündeln, wird keiner von uns diese Bedrohung überleben. Der Feind hat seine Absicht klargemacht. Die vollständige Vernichtung unserer Welt. Glaubst du etwa, dass Helden nur auf dem Schlachtfeld zu finden sind? Wild mit dem Schwert zu fuchteln, macht noch keinen großen Kämpfer. Ja, ihr gebt nicht auf. Macht weiter. Um jene zu retten, die Hilfe brauchen. Um die Welt zu retten. Was ist denn mit denen los? Du glaubst wohl, du könntest entscheiden, wer gerettet wird und wer nicht. Deine Naivität wird dich irgendwann dein eigenes Leben kosten. Meine Güte, was für eine Zerstörungswut! Ich bin dein Schild! Mein eisiger Zorn, der das Blut in meinen Adern zum Kochen bringt, soll der Brennstoff meines Hasses sein. Ich bin dein Schild! every Untertitelung des ZDF, 2020